ok liebe leute auf youtube wir machen weiter auf twitch aber auf youtube also auf twitch ist gerade noch niemand aber die werden wir bestimmt gleich eintrudeln wir machen weiter mit pokémon shining pearl und zwar gehen wir jetzt in die arena von evi genau so lieben sylvaner und gucken mal dass wir da die noten holen und dann müssen wir uns mit dem galaktik rumschlagen eigentlich müssen jetzt hier morbius tapsi und hockmoon das ganze reißen denn star lords kippo und mrs holt sie nutzen uns jetzt relativ wenig sag ich mal nur noch gar nicht Das ist alles sehr beballtet hier. Warte mal, hier ist jemand. Also? So. Gura, eine? Gura, eine? Lass uns, ok. Okay. Auf 22 entwickelt sich Zubat zu Golbat, das wäre ein Vorteil, wenn das passieren würde, aber ich denke, man kann nicht in der Arena. Ey Cora, ist ja nicht so frech, ähm, einen wunderschönen guten Abend, liebe Cora. Wie geht es dir? Ich finde, du bist nicht frech, du bist immer so. Ja, du bist meistens lieb. Ich bin in Ruhe. Na und? Sag doch, wie es ist. Dafür haben wir vorhin gerade bei Team Medica Abendessen bekommen. Äh. 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 Nicht, na und? Was gab es denn bei dir zu essen, Cora? Ja, ich muss zugeben, Reis und Porto Gemüse ist echt lecker, ne? Das kann man echt schon essen, ne? Aber ich mache meistens Reis und Porto Gemüse zu irgendwas anderem, also meistens irgendwie noch Fisch dazu oder so. Du nennst mich Rentner, ist das dein Ernst? Ja. 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 Da bin ich hier drin. Ja. Bitte ich werde zu essen. Können wir jetzt bitte die Arena dran klatschen? Danke. Oh, cool. Hey, Domi, die Schönheiten sahen niemals besser aus. Domi geil auch nicht so. Muss ich meinen Hocken und halt kein einziges Kf verloren, ne? Hallo Dario. Dario, weißt du schon, dass du tot bist? Hab ich gern gemacht. Du warst ein gutes Opfer in der Arena. So, zwei Toten. Let's go. Leute, soll ich euch was sagen? Ich stehe morgen früh um sechs auf, um die Poké-Videos zu schneiden und hochzuladen und vorzubereiten. Dann werde ich gegen Mittag ganz, ganz chillig ein Bubble Tea kaufen um die Ecke. Und dann machen wir eiskalt, nachdem ich wieder darf, ein Bubble Tea holen. Schön mit Bubble Tea. Bis abends, Platin. Äh, Platin. Hell, sorry. Wünschdenken. Warum soll Plinfa bitte drauf gehen? Also es wird wahrscheinlich irgendwann sterben, aber nicht in der Arena. Never. Äh, Korakook im Discord. Die sind drin. Ansonsten kann ich gleich noch gucken. Ja, ich guck gleich noch. Ich geb dir gleich die Nicknames durch. Langsätze zu erklären. Oh nein, ich bin doof. Entschuldigt euch nochmal. Ja, nehmt einen super Trank, Uschi. Weil du gerade sagst, Waldmeister, Kora, ich will jetzt keine Reibung machen, aber Rockstar-Waldmeister, diese Dose ist einfach so verdammt lecker. Ja, Reflektor. Aber die Arne, die das vielleicht trinken möchten, hat dieses vielleicht ein Tipp. Oh, die hat noch einen super Trank, will die mich verarschen? Ja, ich trainiere auch gerade meinen Low-Zubat an dem Schloss, ne? Das stimmt, immer würdest du dir nicht auf große Rate. Perfekt, so wollte ich das haben, so wollte ich es haben. Ich habe mir so überlegt, ich werde bei den Trainer Thumbnaids die normalen TCG-Artworks nehmen. Für die Kämpfe jetzt. Und für die Rematches, nämlich dann die Full-Art-Version davon, weil die einfach geil aussehen. Und nicht die Full-Art-Karten irgendwie verwerten möchte. Was ist tot? Was ist tot? Oh! Oh, 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 Tasha, das ist nicht gut. Luxio. Das ist der Passager gestorben gerade. Richtig und wichtig Stimmt, du hast noch Relectech. Du kannst noch Relectech fangen für die Voltec. Gibt es bei dir und Magnison gibt es auch noch. Die Tasche hat doch zwei Mons verloren und ich auch. Ich habe doch schon zwei eingebüßt oder? Wie warst du verloren jetzt? Zwei. Wir haben ja doch zwei verloren. Na, zur Peise und Macholo sind tot bei mir. Die sind beide in der ersten Reha gestorben. Ich habe ja auch zwei Mons verloren. Oh, okay. Warum bist du zwischendurch eingeschlafen, Cora? Was soll das? So. Welche Spitzname fehlt dir denn noch? Also das blaue Schaloss, ich auch lieber ein blaues Schaloss, weil ich das eigentlich schöner finde, aber ich mag auch das rosa. Äh, Pokémon. Also es wird ja Carpador, Carpador ist Leviathan, Schaloss ist Schleimer, Pachiresu ist Firdis und Traumfugil ist Viritus. Wir sind gestorben? Nein. Also Bus, okay. F-E-A-R-L-E-S. Nein, ich wollte noch nicht reingehen. Ich wollte noch nicht da reingehen. Oh, okay. F-E-A-R-L-E-S. Danke Timmy. Haha. 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 Ja. 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 Nee.